willkommen zurück wir gucken mal ins menü 3 sterne haben wir verdammt kann ich mir alles leisten das könnte ich mir wäre vielleicht auch langsamer ganz praktisch wir gucken erst mal neutrophäe gärtner 306 pflanzen abgebaut level 17 nur geister der bringt mehr verteidigung mischt bringt mir nichts bringt mir nichts bringt mir nichts ach so ich muss noch was nehmen ok steht ein verteidiger an einer falschen stelle oder wird es in dieser stelle eine andere stellen kannst du ihm mit diesem button zwischendurch hunderten barge wird werden den verteidiger entfernen versuch es gleich mal das muss ich gucken diesen level kannst du nur komplett erfolgreich werden wenn du die hier geforderten anzeigen bären eingesammelt hast wurde die geforderte menge gesammelt verschwindet die anzeige wieder nein da oben mensch sie 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 Nein. Ah, läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Tolle Wurst. Wohooo! Wohooo! Ich brauche Einheiten. Ich hasse dieses System jetzt schon. Wohooo! 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 Oh Das war eine gute Entscheidung, da eine zweite Anation hinzustellen Lalalalalala Oben brauche ich defensiv jetzt hin Am besten ich gehe hier gleich auf Feuer So, jetzt haben wir schon mal alle Pflanzen mit bei, das ist gut Oh, das wird interessant, wir haben jetzt hier Feuer gegen Feuer Oh 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 Fliegt langsam Immun gegen nicht magische Verteidiger Einfach nur Ein stärkerer Geist so wie es aussieht Und Tofen mäßig Oh Meister 11 20 Level gemeistert Yay 1078 Gegner besiegt Und hier Gold 41 Aufwendung verzogen Ähm Upgrades Wir haben jetzt neun Sterne Irgendwas müssen wir noch machen Die Anfangskohle ist eigentlich auch ziemlich wichtig ne Aber die Kadenz ja auch Ich glaube das ist die Häufigkeit wie oft die feuern Na gut dann würde ich sagen Machen wir hier in der nächsten Folge wieder weiter Spitze bedanke mich Bis denn eh